Sepp, was machst du? Salzburger Nockerl. Ich hasse es. Es ist jedenfalls Muttertag und meine Mutter liebe ich und für meine Mutter mache ich jetzt Salzburger Nockerl. In den letzten 20 Jahren habe ich einmal Salzburger Nockerl gemacht für Gäste, ich mache das nie mehr wieder. So, Ramm und Breiseltären sind dort drinnen. Hier brauche ich halte Eier. Hier Eiweiß. Das schlagen wir jetzt. Eine leichte Prise Salz, mit 50 Gramm Zucker, nehmen wir dann klar langsam hinein und wagen diesen Schnee ganz steig. Steig. Daraus zwei Löffel und rühre das mit den Eidottern an. Mache ich alles noch für die Mama. Zitronenschale hinein. Jetzt geben wir da das Mehl. Das da war so drüber. Da, leicht unterrühren. Jetzt wird das Schast. Mama, ich hab's probiert. Ich wünsche euch allen einen schönen Muttertag.